Guckt euch das an Jungs, Sven war gerade im Chat, er schreibt, ey du Eierkopf schreibt er, boah, antworte halt, wenn ich dir in deinem Chat schreibe, Kokoswerfer 1188, oh nein, Sven, was machst du da, Bro, Kokoswerfer 88, wie soll ich dich jemals erkennen, Sven war kurz im Chat, er kommt gleich wieder, schreibt er, Kokoswerfer 88, merken wir uns, Digga, da ist ja Sven, Sven, eine Frage, wie bist du auf diesen Namen gekommen, Kokoswerfer, auf so einen Namen muss man auch erstmal kommen, wie soll ich dich denn erkennen, den habe ich schon 15 Jahre, ernsthaft, stark, Junge, das ist dieser richtige Jugendname, den man sich einmal gegeben hat, hieß damals auf Snapchat, Jungs, Ryo Ishizaki, und das so lange, bis ein Kollege von mir gesagt hat, ändere mal deinen Namen, das kommt voll schlecht, weil der wollte auf eine Party und so, der meinte, ja, ich will meinen Kollegen mitnehmen, und dann wollte er nicht meinen Namen taggen, weil ich Ryo Ishizaki hieß, wie sieht's aus, vier Tore haben wir besprochen, für's nächste Spiel, gegen Ingolstadt, ah, da spielt doch Nassim, oder, ich glaube, das ist möglich, Sven, okay, Digga, vier Tore ist schon echt sehr, sehr krass, allein, dass du drei Tore rausgehauen hast, im letzten Spiel, ist schon gestört, ja, Platz 18, ja, ja, das ist, das ist möglich, das ist möglich, Ingolstadt, Platz 18, vier Tore von Michel, ich sehe schon in der Neuen Westfälische, die Zeitung von Paderborn, Jungs, Sven Michel mit vier Tore, bringt der Paderborn in die erste Liga, Fragezeichen, ist das eigentlich Druck, sei mal ehrlich, Sven, Save, voll viele erwarten einfach, dass du, beziehungsweise die Jungs, wieder die erste, also, uns in die erste Liga schießen, Druck hab ich nur auf dem Klo, Junge, stark, das ist starke Einstellung, ja, wir haben einen neuen Jubel, den könntest du mal machen, bei einem Tor, du machst ja eh genug, was hältst du davon, Sven? Klar, sag an, oh, okay, okay, ich zeig ihn dir, das nächste Mal, wenn du ein Tor machst, oder wenn du gegen Ingolstadt ein Tor schießt, dann machst du mit der einen Hand ein L, so einfach ein L, und mit der anderen ein V, okay, das steht für Vatos Locos, wenn du das hinbekommst, wär schon sehr, sehr stark, und dann am besten noch ein Viererpack, weil das war abgemacht, er schreibt okay, Chad, er schreibt okay, ah, ich denke, das wird sexy, das wird sehr, sehr sexy, wir gucken uns an, Karlsruher SC, Paderborn, Highlights, ich hab's extra aufgespart, nächster Jubel ist gesaved, ne, nächster Jubel ist gesaved, der SC Paderborn kommt besser rein ins Spiel, 20 Minuten schon vorbei, das ist Justwan gegen Heise, Julian, Fabio hat so, ey, Fabio, manchmal, ich denke, der ist ans andere Ufer geschwommen, ne, für Justwan, der ist krass, Fabio, der ist krass verliebt, auch als wir uns gesehen haben, als wir in Leipzig waren, Fabio, die ganze Zeit von Justwan gesprochen, ey, hast du gesehen, Justwan, der ist, der ist so gut, der ist so gut, Justwan gegen Cueto, der setzt nicht richtig nach, nochmal, Justwan, 0-1, Alter, erster Torschuss der Partie gleich drin, Justwan trifft den richtig satt mit seinem eigentlich schwächeren rechten Fuß, der ehemalige Wolfsburger, aber Karlsruhes Abwehrleistung ist ausbaufähig, Cueto nach seinem Torschuss, ey, aber wie gut mitgenommen, ne, wie gut mitgenommen, einfach die Situation, das würde man im Schauspiel, eine 10 von 10 Improvisation nennen, der Ball kommt erstmal nicht so gut, erster Schuss, geht daneben und er nimmt ihn perfekt mit, schön eingeschleppt. Im Pokal in der Startelf nicht konsequent genug und Gersbeck zuckt nicht mal, Schuss ist aber verdient. auch sehr, sehr stark, Alter. Und Paderborn hat jetzt Schwung, Ecke, Justwan, Hofmann ist dran, Platte, auf Sven, Michel, wieder drin, diesmal Gersbeck noch dran, aber chancenlos gegen diesen Knaller von Sven Michel, Paderborn bleibt auswärts, da wird als nächstes der Wattos-Lokus-Jubel sein, so Sven, merk es dir, merk es dir, V und L. Das will ich nicht sehen, was ich mir sehen habe, den Highlights. Die Fahrt lohnt sich, Karlsruhe's Abwehr, wieder nur interessierter Beobachter, gegen Platte und dann gegen mich. Aber wie schön, ne, die beiden Tore auch waren. Lukas Kwasniak, Paderborn-Post, der hier vier Jahre Nachwuchstrainer war und auch zwei Spiele bei den Pro... LV, yes. Profis coachen durfte, fühlt sich in der alten Heimat pudelwohl. Halbe Stunde vorbei, noch keine Chance für den KSC, Hofmann. Und das ist Quitto, der Torschütze von Mittwoch mit dem ersten Schuss auf... Wann ist eigentlich mal Moritz im Tor? Ihr müsst mal Moritz aufstellen. Der Junge braucht Erfahrung. ... der Gastgeber nach 32 Minuten... Moritz muss auch mal ins Tor. Kein Problem für Hut und der macht die Kugel sofort wieder schnell auf Justwan. Der sieht Sven Michel. Das ist kein Abseits. Sven Michel. 0-3. Cheeky L1-Tor, Jungs. Cheeky L1-Tor. ... vorgeführt von Michel. Was eine harte Lange. Und da grinst der. ... im Pokale-Hofgefühl von Mittwoch. Da war von 20... Aber es waren gerade mal zwei Tore. ... der Leverkusener, nur einer drin. Heute sind es... Ah, ist das Team of the Week schon gekommen, Chat? Ey! Sven, bekommst du ein Team of the Week? Drei... Dreierpack? Also, zweite Liga kriegt ja auch Team of the Weeks. Gab es noch irgendwen mit einem Dreierpack? Ich glaube nicht. Zweite Bundesliga. Ey, das wäre sexy. Das wäre sehr, sehr sexy. Drei Gegentreffer bei drei Versuchen. Doppelpack von Michel, dem weder Tide noch Gordon hinterherkommen. Ganz entspannt, Alter. Vertreter der beiden Verletzten, Bormut und Junge der KSC. Timeout. Neeroy, Timeout. Wer zu langsam für mich. Wie fühlt euch zu wohl, Jungs? KSC... Hatst du denn eine FIFA-Karte? Natürlich, Bro. 70er, seltene Karte. Analyse, 82 Pace ist gut. 82 Pace ist gut. Was ein bisschen respektlos ist. Drei Sterne, drei Sterne. Das ist respektlos, ehrlich. Habt ihr gesehen, wie entspannt er den rüber gelupft hat? Kann sein, dass Schalke Sven braucht, aber niemand braucht Schalke. Ei! Ei! Aber mit einem Hunter geht's fit. Im Sturm. Hunter draufpacken. 92 Pace, 96 Schuss. Aber ein Team of the Week wäre nochmal was anderes. Arbeitsraten, High-Medium, auch unnormal gut. Also Sven, falls du's nicht weißt, deine Karte ist echt nicht schlecht. Wir gucken weiter. Wir haben nicht mal alle Tore gesehen. Ringt um Halt, läuft aber weiter hinterher und Baderborn hat jetzt richtig Lust zu kombinieren. Das war auch Lust, Wadler. Platte, mit ganz viel Platz. KSC stellt das Verteidigen ein, Michael Hedrick. Drei Tore in neun Minuten. Den reingeschaut. Michels erster Dreierpark überhaupt in der zweiten Liga. Sein elfter Saisontreffer zieht damit gleich mit Simon Terodde. Aber was der KSC jetzt da hinten veranstaltet, ist komplett alban. Mit Terodde gleichgezogen auf Platz 1. Ziere lässt Michel laufen. Verlässt sich auf Gordon, der den Querpass verteidigen soll. Macht er aber nicht. Michel hat's ganz leicht. Einfach nur schlecht vom KSC. Stark reingeschoben. Stark, ey. Starkes Ding. Ohne Spaß. Das Spiel so gecarried. Jetzt gerade steht es 4-0. Es sind zu viele Tore. KSC kommt einfach nicht rein in die Zweikämpfe. Platte. Lässt Heise stehen. Gersbeck. Erste Parade von Gersbeck in diesem Spiel. Verhindert das fast sichere fünfte Tor mit einer Klasse-Tart. Au Backe KSC. Eigentlich hilft nur noch eine Bestellung im Universum. Einmal Fußballwunder bitte. Christian Eichner versucht's mit einem Doppelwechsel zur Pause. Schleusener und Lorenz für Gondorf und Quetor. Die Viererkette bleibt überraschenderweise unverändert, aber auch aus Mangel an personellen Alternativen. Stunde gespielt und der KSC macht jetzt das Spiel. Hofmann auf Lorenz, der eine klare Belebung ist. Choi Fausten. Der Koreaner ganz nah dran. Aber am Ehrentreffer. Weil sie noch Wind wirst. Aber der KSC jetzt endlich mal unangenehm setzt die Gäste rein. Es war kalt, aber ich brauche ein paar Wochen, dann bin ich wieder warm. Was ist denn in den Gefahren? Das ist Schleusener. Fabian Schleusener. Dankeschön. 68 Minuten vorbei. Eisvier. Fabian Schleusener nimmt die Einladung gerne an des eingewechselten. Thalamar der Schleusener da irgendwie komplett übersehen hat. Ei, da ist ein Gegentor, da sind wir kurz leise im Chat. Auch bitte leise sein. Und der Wildpark war... Da hätte er auch noch an den Pfosten gehen können, ne? Jetzt auf. So gezielt war der und der KSC gleich mit. Stiepermann gegen Vanicek. Andere Körperlichkeit jetzt im KSC-Spiel. Choi eingekreist von drei Mann, aber schlau, auf Tide. Tide schaut und findet Hofmann! 2-4, zwei Minuten nach dem ersten Treffer legt der KSC-Spiel. Kurz Hoffnung gehabt, Jungs, Ball mitgenommen. Video zu laut? Achso, man hat mich gar nicht gehört, wenn ich drüber gesprochen habe. Geht hier wirklich noch was? Philipp Hofmann, der ehemalige Paderborner, sorgt für Hoffnung bei den 14.000. Nur ein einziges Mal hat in der zweiten Liga ein Team noch gepumptet nach vier Tore Rückstand und das ist 34 Jahre her. Dem KSC ist diese Statistik aber piepegal. KSC belagert jetzt die Gäste und die werden nervös. Noch 10 Minuten. Wanicek gegen Collins und elf Meter! Five-Cheats-Richter Timo Gerach. Keine Proteste der Paderborner. Das ist Collins, oder? Hä? Aber die Szene wird überprüft. Und Gerach nimmt den Strafstoß zurück. Zu Recht nach Ansicht der Bilder, dass auch das Ende der KSC auf Volljagd. 45 Straf... Ich habe gar nicht verstanden, warum er dem den Elfmeter gegeben hat. Starke Minuten reichen Eichners Team nicht gegen eine echte Spitzenmannschaft mit Top-Tor-Jäger. Wir sind froh, dass wir im Moment da oben sind. Ich glaube, uns hat auch keiner so wirklich am Zettel gehabt. Wir uns vielleicht selber auch nicht, aber vielleicht ist genau das das Erfolgserzept, dass wir... Ja, wir müssen nicht, aber wir können halt und können halt ganz befreit aufspielen und das spielt uns, glaube ich, riesig in die Karten. Drei... Ah, gute... Ah, gut gemacht. Der Mann ist geübt. Der Mann hat schon gesprochen in der Bundesliga. Ey, aber stark, ne? Stark. Ich bin auch ehrlich stolz. Ich bin ehrlich stolz. Da fehlt ehrlich nicht mehr viel. Das ist vorne ganz, ganz knapp, ne? Unnormal spannend, sogar zweite Bundesliga.